Hallihallo und herzlich willkommen hier wieder zurück. Euer lieber Wemplate wieder hier und ich weiß nicht wo ich hier bin. Ich hab gestern aufgenommen oder so? Ah genau, das war die Situation hier. In Ordnung. Irgendwie ging das hier so. Ich hab den Ton ein bisschen laut, aber sollte in Ordnung gehen. Und schwupps und die... Ja, ich weiß schon wie ich gestorben bin. Ja, genau so war das. In Ordnung. Hier geht's weiter und ich bin gespannt wie das Level weitergeht. Und ich vertraue diesem Level nicht. Oh Gott. Nein, 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 nein. Okay, okay, okay. Ihr wisst wie ich solche Sprünge hasse. In Ordnung. F2, weil hier Mittelpunkt war. Äh, ja. F4. So, wunderbar. Geht doch. Hä? Das war ein kleiner Grafik-Klitsch? Was? Da war doch eben erst der Mittelpunkt. In Ordnung. Das geht eigentlich noch. Also heute ein bisschen ruhiger. Ich komme... Okay, was heißt gerade erst? Ich komme von der Arbeit... Vor einiger... Ah. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich stelle den Ton mal ein bisschen um. Ich bin eigentlich vor einer guten... Ja, vor gut eineinhalb Stunden von der... Ja. Sprechen und Spielen ist nicht unbedingt einfach. Aber in Ordnung. Also ich bin gut vor... Gut eineinhalb Stunden von der Arbeit gekommen. Und der Grafik-Klitsch bleibt hier. Komisch. Und deswegen... Eventuell heute ein bisschen stiller bei der Aufnahme. Also dürfte Part 21 sein? Jo. Dürfte nicht nur. Ist sogar. Wunderbar. Okay. Dem vertraue ich nicht so ganz. Und... Halt! Stopp! Saved! Ihr kennt mich und solche Sprünge. Ja, wunderbar. Aber den hier sollte ich eigentlich packen. Ordnung, höher. In Ordnung. Geht das hier so? Nein. Nein, ich mache das jetzt... Bitterbreche das nicht wieder mal. So. Nein. Ja! Oh Gott, oh Gott. Ich war... Ich hatte es geschafft. Ja, ja, ja. Ja? Mann! Da will man einfach mal ganz in Ruhe aufnehmen. Und dann kommt so ein Geschmarrn. Ganz ehrlich. Könnt ihr mich nicht mal hiermit in Ruhe lassen? In Ordnung. Jetzt habe ich... Diese Stellen gehen mir langsam auf die Nerven. Mann, dieser... Eck! Wunderbar. Jetzt habe ich es aber. Das sieht immer so toll aus. Vielleicht hätte ich es gerade geschafft gleich. Jetzt! Jetzt! Nein. Ey, ich habe die Münzen immerhin eingesammelt. Jetzt! Oh Gott. Wie soll ich das denn schaffen? In Ordnung. Mal von hier aus. Ah, ich weiß, warum ich diese Stellen hasse. Ich würde es ja am liebsten wirklich skippen schon wieder, weil... Ich weiß ganz ehrlich, dass ich eine Weile für solche Stellen gebrauchen kann. Und ja. Das dann doch wieder... Das sind diese Sprünge wirklich. Aus dem Wasser heraus. Die kann ich einfach nicht. Das restliche Level. Vollkommen in Ordnung. Ihr wisst ja eigentlich, wie es aussehen sollte, wenn ich es schaffen würde. Solltet ihr ja. Ähm, ja. Hopp, hopp. Und hopp. Und nochmal hopp. Leute, ich sage bis gleich, ne? Bis gleich. So, Leute. Ich habe es geschafft. Wunderbar. Aber ich gehe mal kurz hier hoch und gucke. In Ordnung. Gut zu wissen, dass da oben ein Trampolin ist. Ich habe den einen Pilz verloren, den ich eben hatte. Weshalb? Wieso? Warum? Ähm. Oh. Ähm. In Ordnung. Geheimgang. In Ordnung. Ich habe hier was gefunden. Und das speichere ich mir aber ab. So. Stopp. Ach ja, ich brauche das hier. Direkt. Das hat geführt vielleicht zum Geheimgang. Was? 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 Ähm. Was war das? Ihr habt gesehen. Da war kein Gegner. So. Ich bin auf. Hier drauf. Und bin gesprungen. Und war dann tot. Schon wieder. Was ist das? Ich mache mir meine Gedanken. Man darf das Sprungbrett nur einmal nutzen? In Ordnung. Also. So nebenbei. Gerade. Ich weiß nicht, ey. Nein. Ich trinke einen Schluck Kakao. Einen Moment. Und F4 mal bitte. Also. Um es euch zu erklären. Ich nehme das Sprungbrett. Setze es hier hin. Hä? Was ist das? Wenn ich halt dann nochmal... Ja. Egal. Wenn ich springe irgendwie. Wenn ich versuche zu springen. Ich springe nochmal. Ich springe nochmal. Ach. Die Zeit läuft ab. Sag das doch einer. Mal gucken. Wie weit das Ziel noch weg ist. Sonst darf ich das Level neu machen. Ja. Und. Und. Das Ziel ist. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ich kann es schaffen. Ich kann das schaffen. Das Ziel ist in der Nähe. Wunderbar. Runter. Luigi. Beeil dich. Das Ziel ist in der Nähe. Runter. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Nein. Nochmal. In Ordnung. Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Wow. Luigi. Beeil dich. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und ich dachte schon, ich muss das ganze Level nochmal machen. Boah. Ich hatte das echt nicht gepeilt eben mit der Zeit. Ne, Leute? Ach, Entschuldigung. Ich trinke Kakao. Und auf zum nächsten Schloss. Ludwigs Kirche. Church. Kirche. Ja. Kirche. Ludwigs Kirche. Bin ich mal gespannt auf das nächste Schloss. Wie das werden wird. Nach links. Blume. Gefällt mir schon mal. In Ordnung. Was steht hier? Press A to use a Spin Jump. With this move. Jumping of Swamps or Tramps won't hurt you. Ja, das weiß ich jetzt schon. Aber. Ja, danke. Komm her. Das geht da rum. Oh. WTF. Komm her. Ja. Und zurück bitte. In Ordnung. Interessante Idee. So. Okay. Also wie gesagt. Ein bisschen ruhiger eventuell. Weil ich halt am Arbeiten war. Ja, dass die mich auch verfolgen. Ist ein wenig verwirrend. Aber in Ordnung. Das Geräusch ist cool. Wenn die zusammenfallen. Also diese Tribones. Wetten. Okay. Stopp. Der wirft ja. Da lang. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Stopp. Ja, da war ich verwirrt. Ob ich da weiterkomme. Ähm. Ich benutze hier mal keine Safe Stades. Stopp. Stopp. Ich will Safe Stades setzen. Weil. Wegen. Stopp. Komm. Beleb dich mal wieder. Na 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 na. Ich hätte ein Safe Stades setzen sollen. Egal. Nein. Wir wollen uns jetzt nicht mal so dauerhaft durchcheaten mit Safe Stades. Ich will die Level ordentlich hinkriegen. Es geht ja momentan. Wirklich. Es ist in Ordnung soweit. Bisschen ordentlich spielen. Und ja. Ja. Komm her. Wunderbar. Ich bin klar. Ach Gott. F4. Ich stelle mich einfach zu doof an mal wieder. Aber sollte eigentlich in Ordnung gehen. Ich habe irgendwie Angst gerade irgendwie zu leise zu sein. Ich weiß es nicht. Und komm her. Luigi. Die Münche kann uns egal sein. So. Komm her. Ähm ja. Mal wieder wunderbar hier. Und wieder hoch. So. Dann da. Und wieder hier hin. Versuch schon mal direkt hier hin. Ja. Geht. So. Und wir sind wieder hier. Alles kein Thema. Ja. Danke. Komm her. Danke. Ich überlege wirklich die ganze Zeit irgendwie Safe Stades zu setzen. Einfach weil das hier wirklich kein Thema ist. So an den Dingen her. Ja. So. Wunderbar. Und. Spring. Spring. Ja. Sorry. Wegen Safe Stades und so weiter. Aber ich denke mir einfach. Der Part da hinten. Den habe ich drauf. Ganz einfach. Also sage ich mir. Das sollte hier eigentlich soweit in Ordnung gehen. Soweit in Ordnung gehen. Bumm. Den da habe ich nicht so gut drauf. Und hier ist nun so der Mittelpunkt. Dankeschön. Wieso Safe Stades eigentlich dann? Egal. Egal. Hallo. Die Lava da unten verwirrt mich. Und ich. Okay. Stopp. Ich hätte. Ich dachte eben. Ah. Okay. Deswegen kommt die immer wieder mal hoch. So. So. In Ordnung. Das geht in Ordnung. Ja. Kein Thema. Und jetzt hier lang. Ähm. Pilz. Oh Gott. F2. Ich will. Weil. Hier. Ich kann das nicht. Dieses hin und her springen. Das ist jetzt von einer Ranke zur anderen. Ja. Ich wusste doch, dass ich da irgendwie was versaue. Und sowas kann jetzt ewig dauern, weil ich das einfach nicht drauf habe. Komm nochmal hoch. Ja. Egal. Part ist bald voll. Aber egal. Wird ein ruhigerer Part. Ganz einfach. Ja. Das muss schnell gehen. Ja. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ich bin auch gesprungen. In Ordnung. Langsam hab ich's. Ja. Ey. Ich war in der Leiter. Oh mein Gott. Ja. Sorry, wenn ich mich heute ein bisschen weniger aufrege. Über ein paar Dinge. Na, 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 na. Ich wusste gleich, dass diese Stelle hier schwieriger wird. Ich kenn meine Super Mario Skills doch ein wenig besser. Inzwischen. Ja. Wunderbar. Ich probier's mal irgendwie anders. Ich hab irgendwie die Technik sich so ganz raus. Ja, okay. So. 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 Okay. Der letzte Sprung wird schwer. Ja. Instant Kill Lava. Wunderbar. Ein Schmaus für jeden Spieler. Und ich sollte nicht einfach so in die Lava springen. Nein. Definitiv nicht. Und ich bin da zu voreilig. Ja, ich will das hier jetzt nochmal schaffen. Damit ich das hinter mir hab. Ist es jetzt einfach der Ehrgeiz. Und wenn ich jetzt hier einen 20 Minuten Part draus mache. Das ist hier irgendwie gemein. Die Lava geht so hoch. Okay. Also bin ich ganz oben sicher? Mal ausprobieren. Ja, bin ich. Gut. Also brauche ich hier gar nicht so eine Eile zu haben. So. Wunderbar. Ich sollte weiter runter gehen. Nein. Weiter runter. Ach Mann. Das ist so eine Kacke. So. F2 wieder. Ja, sorry. Massenhaft Save States. Ich weiß. Doof. Ich Idiot. Ihr toll. Aber ja. Ja. Schön. Und nochmal hier. Damit ich den Punkt hab. So. Wunderbar. Komm her. Ich mach das Schloss jetzt noch. Ach, da kommt die Lava ja wieder. Die Lava kommt ja wieder. Wer hätte damit denn jetzt nicht gerechnet? Gerechnet. Aber ich mach das jetzt mal so. Ey, die Zeit läuft weg. Wow. Gegen. Ach ja, hier ist er. Der kleine Cheater. Im Super Mario World hat er mich voll ausgecheatet. Ja, hey. Jetzt springst du so. Und ich spring so. In Ordnung. Gleich haben wir ihn. Ja. Spring. Stopp. Jetzt. Und noch einmal. Guck, das meine ich. Das meine ich. In Ordnung. Das kann mich jetzt. Kann mich jetzt am. Ja. Popo lecken. Wow. Das war knapp. Ich finde das so gemein, dass der. Dass der nicht. Ja. Komm her. Du kleiner. Du kannst mich. Mal. Wow. Das war knapp. Ja, ja, ja. Bumm. Und das war's. 22 Sekunden. Die Level werden knapp mit der Zeit langsam. Kann das sein? Oder bin ich einfach nur zu doof für die Level? Egal. Wunderbar. Kakao. Thank you. Dankeschön. Fragezeichen. Und ja. Das arme. Nenn ich Auge, aber der arme Berg. denn Luigi zerstörte Ludwig und seine Kirche. Make sure you have some warm clothes. Also, sei, ja, sei sicher. Stell sicher, dass du warme Klamotten hast. Because it's getting really cold now. Also, es wird jetzt richtig kalt. Das bedeutet, glaube ich, Eiswelt. So würde ich das sehen. Counting you and save. Ob's die Eiswelt ist oder nicht, das seht ihr im nächsten Part. Auf Wiedersehen. Bye bye und tschö tschö.